Ja, in der letzten Folge, da habe ich angefangen, ein Haus zu bauen. Und ich wusste ja gar nicht, was da so auf mich zukommt, aber auch was für wunderbare, tolle Möglichkeiten da im Spiel drin sind. Und ja, da habe ich angefangen und bin dabei, ein riesiges Haus zu bauen. Ich könnte schon bald sagen, ein Herrenhaus. Und das mache ich auch so. Das wird hier das Herrenhaus. Es soll uns trutzen und Schutz geben. Allerdings haben wir gerade noch kein Dach. Wir werden klitsche, klitsche, nass. Ah, Gewitter, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Schrecklich muss das sein. Ah, hier ist trocken. Und ein bisschen ruhiger. Jetzt erst mal das Schwert einstecken, weil, naja, das Einzige, was uns hier feindlich begegnen kann, das ist der Holzwurm. Aber der ist noch nicht da. Gut, ich habe hier so meine Spielfantasie mal ein bisschen treiben lassen, dass man so in jede Richtung die Seiten sehen kann, auch gut verteidigen kann. Wir sind hier gerade in der zweiten, nee, doch im Erdgeschoss. Und da wäre zu überlegen, wenn wir sowas nächstes Mal bauen, dass man hier unten tatsächlich mehr geschlossene Wände hätte. So, wir müssen die Tür aufmachen, gucken, wie unsere kleine Siedlung aussieht. Tja, bauen bei schlechtem Wetter. Erhöhte Unfallgefahr wollen wir nicht. Wie viele Brette haben wir denn noch im Inventar? Ja, so gut wie nix. Das heißt, wir können auch kaum was jetzt groß bauen. Also werden wir mal ein bisschen Holzfällen gehen. Dann schmeißen wir... Ah ja, in den Gerbsack. In den Gerbsack. So nenne ich den mal an. So, alter Sack da. So, zack. Ach, da oben sei doch dieses Holzding. Aber ich bin voll, ne? Vom Inventar. Nö, nö, bin ich nicht. Hol das mal, bevor es so dunkel wird hier. Noch kann man sehen. Wie viel ist das denn? Ein Holzstamm. Macht der Sonntrara. Ja, nur einen Stamm. Den schiebe ich doch ins Feuer. So. Ganz neuen Stammbaum gründen. Ah. Gut. Jetzt haben wir das Problem mit dem Dach gehabt. So ein bisschen. Wir müssen jetzt tatsächlich noch eine ganze Etage draufsetzen. Wollte ich gar nicht. Oh Mann, Leute. Was soll man denn hier machen? Ist so groß alles hier. Hier ist ja jetzt die Frage. Man kriegt das ja hier nicht geschlossen, weil bestimmte Bauelemente es nicht zum Schließen bringen. Die hier zur Verfügung stehen. Also sollte man das doch so konstruieren, eventuell. Also wir. Dass wir da was anderes Sinnvolles rausmachen. Dass wir das irgendwie anders in den Griff kriegen. Und das machen wir jetzt auch. Doch. Auch dafür brauchen wir unseren Hammer. So. Abreißen. Tut weh. Ich weiß. Komm, fällst du nicht runter? Komm. Bauen. Rechtsklick. Nein. Bauplan. Richtig. Bauplan. Das ist echt klasse gemacht hier. Der Bauplan. So. Jetzt sehen wir mal hier. Das ist eine Decke. Das wäre zum Beispiel so. Ah. Es passt nicht. So wie ich dann dachte. Wir könnten das jetzt da noch dran setzen. Aber wir kriegen das da nicht verbunden. Schade. Kriegen wir denn da ein Dreieck hin? Ich sag mal probieren. Geht ja über studieren. Oh. So. Wenn der jetzt anders links. Ja so. Aber dann kriegen wir das hier unten. Doch. Das kriegen wir doch. Den kriegen wir jetzt hier geschlossen. Oh. Super. Ja super super. Oh. Das ist krass. Jetzt könnte man theoretisch noch hier. Aha. Da kann man noch um die Ecke gucken. Ja. Das ist schon lustig. Gucken. Ich könnte jetzt hier noch weiter um die Ecke laufen. Was ist das? Das ist lustig. Wie sieht denn das von unten aus? Ich finde das sehr klasse. Oh man. Echt Hammer. Hammer. Na gut. Wir mussten hier das Dreieck haben. Wir kriegen jetzt aber das nur mit Dreiecken hin. Wir kriegen das jetzt nicht mehr an. Das müssen wir uns durch die Dreiecke murksen. Ja. Wir könnten jetzt hier einen Balkon machen. Wir könnten aber natürlich auch hier noch so einen RK machen. Geschlossen. Aber wir haben ja irgendwie schon hier so Probleme, das hier zu schließen. Das Dach. Und dann wäre besser, wir machen hier wirklich so eine Art Balkon. Ne. Oh. Da können wir da nämlich nicht mal runterfallen. Und können Winke Winke machen. Wunderbare Aussicht. So. Gut. Ein kleiner Balkon. Könnte das jetzt hier oben komplett doch durchziehen. Aber das reicht doch. Aber vielleicht sogar schon zu viel gemacht. Aber jetzt gucken wir mal, ob wir hier noch so ein Türelement hinkriegen. So hier. Fenster wäre natürlich auch klasse. Ein Fenster wäre klasse. Aber da hast du keine Tür. Das müsste man dann machen hier. Und das geht nicht, weil da die Treppe ist. Gut. Und dann haben wir das hier schnell entschieden. Nehmen wir noch mal eine Wand. Nehmen eine Wand und sind jetzt ganz gespannt. Nehmen wir noch mal eine Wand. Und ja. Die Wünsche, die so User haben. So wie ich zum Beispiel. Ne. Ich benutze das ja hier. Ne. Die sind riesig. Ne. Also wenn man danach geht, wird man gar nicht fertig werden. Ich wünschte mir jetzt zum Beispiel noch, da wäre noch ein Fenster drin. So ein kleines. So ein Kuckuck-Fenster. Aber so ist doch schon mal klasse. Haben wir das Problem gelöst. Dann werden wir hier so ein ähnliches noch machen. Auch so eine Art Balkonia. Könnte sogar hier ein richtiges Zimmer noch hin machen. Ich bin ja schon so ein Freund von solchen Bauten. Ne. 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 Passt ja so richtig gut noch hin. Keiner beschwert sich. Würde man jetzt hier auch noch mal so ein kleines Dreieck hin machen. Sieht vielleicht von unten auch total klasse aus. So niedlich. Hm. Decke. Wand. Da haben wir es. So zum Beispiel. Ahem. Kuckuck. Das ist weg. Kommt nicht mehr wieder. Dann lass mal das so. Gut. 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 Das würde hier auch nicht passen. Das würde hier auch nicht passen. Was war da runterspringen? Verlieren wir da Lebenspunkte? Mal gucken. Autsch. Du. Also hier würde auch nichts dran halten, weil hier eben keine Wand ist. Gut. So. Dann. Dann. Da habe ich ein Fenster. Und wenn man die andere Wand da überhaupt noch schließen kann. Pff. Das wird jetzt schwierig. Darum will ich jetzt erstmal ausprobieren, bevor ich da weiterbaue. Weil es kann ja nicht sein, dass das überhaupt nicht geht. Das ist auch ein falsches Element. Das ist dieses hier. Nein. Das ist falsch schon. Also hier oben. Es geht nicht. Könnte sein, dass man vielleicht das eine hier abreißen muss dafür. Können es dann mal ausprobieren. Ähm. Können wir das jetzt hinkriegen. Wie gesagt, das ist auch alles ein Experiment. Moment. Also. Es gibt also keins, das jetzt irgendwie schräg anders wäre, dass die Spitze nach unten geht. Also. Aber das gibt es nicht. Gut. Dann können wir jetzt nur gucken, ob wir noch eine Wand da hinkriegen. Und die kriegen wir nicht. Die kriegen... Was ist das denn jetzt gewesen? Da war doch gerade grün. Gleich fahre ich runter. Also man kann tatsächlich dazwischen eine Wand setzen. Also es muss klappen. Wir stehen ja nur jetzt zu nah dran. Deswegen kommen wir ja auf ein Haus. Ja. Wir sind auf ein Dach. Ha ha ha. Mal gucken, ob wir das da hinkriegen. Jetzt ist es jetzt schon mal so dunkel. Es ist nicht einfach. Da. Wenn wir jetzt mit Fenster nehmen würden, dann hätten wir so eine Art halbes Fenster da noch drin. Auch nicht schlecht. Wäre lustig. Wie das aussieht. Weiß. Die Leute machen nur Mist so. Der Mensch macht das, was möglich ist. Ja. Einfach, weil er es kann. Ja. Guckt mal. Das ist doch klasse. So ein kleines Fenster. Ha. Ja, das stört dann immer die Ansicht. Ich vergesse immer noch, dass ich die dann so wegklicken muss extra. Und jetzt sieht man auch nichts mehr. Sag mal, so schlecht finde ich das hier mit dem Fenster nicht. Na, er ändert so ein bisschen an den Balken, die oben auf so einem Speicher immer sind. Oh, jetzt haben wir auch schon wieder Dunkelheit hier. Tiefste Dunkelheit. Tiefste Dunkelheit. Mittelalter. Was wir jetzt noch machen können, ist gleich Bäume fällen. Ich müsste mir auch mal ein Bett hier anschaffen. Dann muss ich mal wieder umskillen. So. Die Fackel mal ausmachen, aber erst gehen wir hier durch unser Haus. Das hat ja echt ein paar dunkle Ecken noch. So. Hier müssen wir hoch. Wunderbar. Und hier geht es irgendwie weiter hoch. Da. So. Dann sind wir schon richtig hoch oben. Ja, das... Aber so sieht man hier wenigstens noch was raus. So. Dann machen wir hier noch eine schöne Wand hin. Genau. Bauplan. Und dann rechtsklick auf rechte Maustaste. So. So. Dann. So. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ohne blöde Meldung Wenn ich sie jetzt hier hin mache Ohne blöde Meldung Kriege ich jetzt nicht hier hin? Das muss man da oben wieder abreißen, damit man hier unten eine Wand hinstellen kann. Oder wie haben sie sich das vorgestellt? Wie gesagt, ich probiere aus und wenn dann eben Materialverlust ist, dann ist Materialverlust. So, jetzt erstmal hier nochmal ein bisschen Decke Ja, 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 ja Gut Hier auch So, dann können wir jetzt hier nämlich schon mal rumlaufen Hier geht jetzt nichts Kann auch sein, dass wir kein Holz mehr haben Aber da würde das gehen Aber die fällt gar nicht hier drunter Was soll das? Also ich werde jetzt die hier einmal einreißen Zum Ausprobieren Das geht anders Dann müssen wir den Hammer nehmen Da wollen wir auch richtig drauf gucken Damit ich mal nichts Falsches abreißen Jetzt wollen wir mal gucken, ob wir jetzt hier eine Wand hinkriegen So, jetzt geht's Aber es ist blöd, dass man dann nicht dazwischen noch bauen kann Jetzt hätte man auch die andere Wand hier anders bauen können Aber so ist schon mal gut Da haben wir einen großen Raum Könnt ihr jetzt hier noch so hinbauen Aber da geht das jetzt auch wieder nicht von der Höhe Da müssen wir oben wieder alles abreißen Ja Also das heißt, die Decke erst ganz am Schluss drauf machen Sonst geht das nämlich hier nicht mehr Und dann müsste man jetzt alles wieder abreißen Das kostet Holz ohne Ende Kann man sich ja merken So, jetzt machen wir hier die Decke Dann fällt da auch keiner mehr runter Und hier geht ja jetzt nicht Der fällt jetzt runter Jetzt will ich nochmal überprüfen Ob dadurch unser Holz verschwindet Wie viel haben wir denn noch? Wir haben 58 Holz Gut, was ist wenn ich jetzt hier was hinbaue? Fällt nicht runter? Ja, ist auch gut Ist auch gut, okay Und jetzt fehlt hier so ein Diagonal Hier fehlt jetzt so ein richtiger Diagonaler Den gibt es nicht Gut, dann haben wir jetzt hier Hier müssen wir aber theoretisch wirklich doch eine Wand hier machen Könnt ihr das hier so machen, damit wir schön Licht hat im Treppenhaus Jetzt haben die auch nicht gemacht So, zu Ja, hier oben kann ja noch ein großes Katapult hin Die Frage ist, soll ich jetzt hier oben noch eine Treppe hoch machen? Geht es noch höher? So in der Mitte Hier ist der große Tor Wo kriegen wir denn hier noch ein Stückchen Treppe hin? Sollte man sich vorher Gedanken drum machen? Da Da geht das da mit dem Ausgang nicht Da würde der Dann haben wir da den blöden Ausgang Wäre schon gut Dann mache ich den anderen Ausgang nämlich weg Entscheidend ist, dass man hier noch drunter laufen kann Ja Klappt So Ich weiß, ich klicke mal alles falsch So, 5 5 Und wieder weg Und wieder weg Das war's Okay. hier können wir ein festes Ding zumachen und hier auch ja und hier muss es weiter gehen aber wir wissen ja man sollte die Decke erst bauen wenn man unten fertig ist sonst passt es nicht mehr hier kommen jetzt noch die muss ja auch Wände bauen sonst fällt hier alles wieder zusammen hier kann man eh und je keine Wand mehr ganz zubauen das ist halt mehr so wie so eine Art Speicher hier ist halt so nur um noch höher zu kommen gut haben wir jetzt den Unterbau hier abgeschlossen gehen wir direkt in eine Etage höher da haben wir schon mal eine Stelle auf der wir stehen können aber ich glaube jetzt haben wir kein Holz mehr und die Nacht die holt uns wieder ein also ich hätte ja nicht gedacht dass man hier so hoch bauen kann was ist denn jetzt passiert ich habe mir nur runter gefallen das ist ja echt ein Ding hier hinten ist ein Wolf von vom von von Oh, haben wir das schon mal? Also das sieht doch nicht so gut aus. Es lädt ein bisschen zu weit aus. Ja, das kann man später mal irgendwann korrigieren. Oder wir lassen es. Mal gucken. Hier, dass bei dem ersten geht. Also es fehlen eben diese Pfosten noch oder sowas. So, dann gehen wir mal weiter mit unserem Bau bauen. Ja, das sieht ja ein bisschen blöd aus. Aber wenn man hier drin ist, ist doch schön. Und außen? So, jetzt kann man ja da nichts draufstellen. Ähm, vier. Da muss ich mir erstmal noch überlegen, was wir jetzt hier machen. Also hier machen wir auf jeden Fall zu. So. Das ist klar. So, hier können wir nicht zumachen. Weil hier kommen wir hoch. Oder? Ja doch, hier können wir noch zumachen. So. Dann müssen wir hier. Muss man nicht, man kann. Ja, wir wollen ja auch noch Dächer bauen. So viel Dach braucht man nicht. So, hier machen wir schon mal unser Dach hin. Machen wir das kurz. Und jetzt, äh, ja, das ist doch schön. Es kann aber auch sein, dass man erstmal die Ecken da jetzt noch hinsetzt. Das ist die falsche Ecke. Die geht gar nicht. Oh. Oh. Ja. So, die hatten auch früher so ganz, ja. Okay, wir haben jetzt uns aber entschieden, diese Art für Dach hier zu bauen. Ja, 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 komm. War aber kurz. Da. Komm mal. Das wird jetzt schwierig. Da, 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 da. Gut. Jetzt ist die Frage, wie kriegen wir das jetzt hier den Griff? Heute war es jetzt hier wirklich sogar zu machen. Hier kann man immer noch schön aufs Dach drauf, ne? Einfach hier so ein Balkon hin, wenn gut ist. Ja, gut, es muss ja ein Dach, sonst regnet das ja herunter. Ja. Zumindest hier, ne? Oh. Da macht man hier eine Tür hin. Genau. Ja, gut, das ist immer so eine Sache hier mit der Tür, ne? Das funktioniert nicht so, wie man haben will. Da könnte man nur hier eine Tür hin machen und da eine Tür. Aber ich mache hier wirklich alles zu. Ich meine, dass man hier oben noch auf dem Dach drauf kann. Das finde ich so toll. Wollte man echt die Möglichkeit offen lassen, wie man hier eine Tür hin baut. Ja, zum Beispiel. So. Kommt hier was, damit man nicht runterfällt. Passt nicht. In dem Dach, oder was? Interessant. Ja, das müsste normalerweise passen. Blöd. Also der kommt nicht damit klar. Mit dem Dach und seiner Angrenzung. Okay. Dann müsste man das Dach wieder wegreißen. Wie baue ich denn das dann? Ich muss das jetzt hier abreißen. Ich reiße einfach mal ab. Jetzt müsste ja hier ein flaches Ding hin passen. Boden. Es ist zwar schade, um das Material. Aber in Zukunft konstruiert man dann von Anfang an alles ganz anders. Jetzt müsste hier aber ein paar Teilen hin passen. Ein Dreieck. Nein. Dieses hier. Ja. So. Was kriegen wir denn jetzt hier gebacken und was nicht? So. Der kriegt jetzt hier wieder nicht dieses Dreieck hin. Doch. Kriegt er. Weil jetzt das Dach hier unten keine Kollision ausübt. Ne? Ja. Gut. Können wir hier jetzt überall. Mal gucken, ob es jetzt klappt. Ja, ja. Das ist jetzt hier die Kollision hier. Das Dach hier. Der Überschuss. Hm. Dürfte nicht sein. Schade. Schade. Soll jetzt auch mal fertig werden. Man kann ja später vielleicht nochmal was rumschustern. Was könnte man denn noch da hinsetzen? Es geht ja nichts, ne? Seht ja alles blöd aus. Wenn Sie jetzt hier so ein Dreieck... Ja, hier. Da ist die Kollision jetzt nicht da. Die haben Sie da rausgenommen an der Stelle. Ja. Könnte das vielleicht sein, wenn man das Dach später draufsetzt, dass das geht. Mal gucken. In der anderen Reihenfolge. So. Und jetzt hier mal das Geländer hin. Jetzt geht's. Jetzt ist die Frage, kriegt man jetzt hier noch das Dach hin? Komm, bitte, bitte, bitte. Ja. Das heißt, es ist also die Art der Reihenfolge, in der man das dann so ein bisschen umgehen kann. Also würde jetzt heißen, wenn ich jetzt hier praktisch wieder das Dach hinbaue, wie es ursprünglich war, dann geht das. So, dann reißen wir doch erstmal alles wieder ab. Ich weiß, viel Verschwendung. Aber ich will es halt wissen. Ja. Du auch, weg. So. So. Vielen Dank. Ach, nö, ne? Gut, okay, okay, okay. Reißen wir nochmal ab. Wir haben es ja, ne? Mal gucken, ob wir den jetzt hinkriegen. Notfalls wird das hier komplett wieder abreißen. Das heißt, man muss in einer bestimmten Reihenfolge das dann so auch noch bauen. Okay, okay, okay. Vier. Hm. Er passt nicht, weil der da ist. Gott. Kommst du weg? So. Jetzt kommt hier das Dach hin, das kleine. Ja. Jetzt passen die anderen hier theoretisch auch alle nachher hin. Komm. Ja. Das würde auch passen. Wenn wir das jetzt bauen, dann passt hinterher das andere nicht mehr hin, oder was? Oder wo? Oder wie? Wenn es nicht passt, dann, weil hier an der Seite schon die eine Wand steht. Ja. Genau. Da war es. Da war es. So. Na? Zack. Gut. Das Stück weiter. So. Die müssen ja alle zuerst gesetzt werden. Das klappt halt ja nicht. Das haben wir schon gelernt. Ja, den kann man ja drehen, richtig. Den müssen wir jetzt nur drehen. Jetzt müsste auch das Schrägdach hier drauf passen. Wunderbar. So. Na ja, schau, dass wir hier kein Spitzdach machen können. Oder geht das vielleicht? Mal gucken. Ja, die sind ja zu breit dafür, die Teile. Aber klar, wir müssen auf jeden Fall hier die kleinen Elemente nehmen. Aber jetzt den wieder so schräg drauf. Sehe gar nicht, sieht ein bisschen besser aus. Aber erst müssen wir die kleinen Innenteile setzen. So. Ah. Hier jetzt? Komm. Der geht jetzt wieder nicht, weil da oben Dach ist. Ne. Dann muss ich das jetzt hier wieder abreißen. Was hat der denn jetzt abgerissen? Ja, ja. Genau das sollte der. Gut. Ich will jetzt nichts abreißen. So, jetzt wollen wir mal gucken, dass wir hier oben ein Dach drauf kriegen. Kleines. Da oben hier, da muss es doch jetzt drauf gehen. Da geht es. Na hier nicht, ja. Brauchen wir hier den Ballonzakt. Geht nicht. Nee, geht nicht. Das heißt, wenn man da jetzt noch was oben hin baut. Wenn man jetzt. Wenn ich jetzt da ein Flachdach noch hinsetze. Das geht aber glaube ich nicht. Nee. Das ist jetzt gesperrt. Durch die Fläche an der Seite. Man müsste also hier oben eine Art toten Raum machen. Das wieder abreißen. Okay. Anders. Geht so nicht. Reißen wir das schräg da alles hier wieder ab. Alles wieder weg. Ratzfatz. Ratzfatz. Alles weg. Ich muss vermutlich dann nochmal Holz machen. Du auch weg. Ich fand dich so schön. Wiedersehen. Jetzt habe ich die Tür kaputt gemacht. Die sollte eigentlich stehen bleiben. Gut. Vier. Da kommt hier wieder der Türrahmen hin. Da kommt hier tatsächlich eine geschlossene Wand. Die jetzt wieder nicht geht. Weil ja hier das Dach ist. Also müssen wir das Dach auch wieder abreißen. Die ist schon gekommen. Schade, dass man da jetzt nicht mit Maus anklicken kann, dass die Kategorie wächst. Aber die ist ja auch zum Schieben. Ich verklick mich eben immer. So. Fünf. Toi. Fackel. So. Dach weg. Gut. Jetzt. Müssen wir hier eine Wand bauen. Könnten wir hier auch eine Wand bauen. Mit Fenster ist ja eigentlich blöd. Aber dann wäre es nicht so dunkel. Aber wir haben ja da ein Fenster. Im Mittelalter war ja auch manchmal so. Immer so. So viele Fenster hatten die auch gar nicht. Weil das zog da kalt immer rum. So. Jetzt können wir hier das Dach draufsetzen. Wie gesagt, in der Reihenfolge geht das dann immer. Das Problem ist, da haben wir es. So. Und jetzt müssen wir unsere Dächer hier noch setzen. Wir kommen da nun nicht mehr hoch. Das müssen wir jetzt von hier unten machen. Das geht nur so. Also am besten hier jetzt das Dreieck. So. Die Giebel. Ich glaube, das hieß Giebel. Ist auch ein Giebeldach. Dach. 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 Fertig. Ich wähle uns theoretisch nur noch ein paar Türen. Fünf. Wunderbar. Auch, dass man hier noch so gehen kann. Kann man den anderen Leuten sagen, bist du schwindelfrei? So. Da sind wir jetzt fertig. Wir brauchen... Hier oben brauchen wir eigentlich keine Tür. Das könnte man so offen lassen. Und hier zum Beispiel hätten sie immer eine Tür. Eine Tür. Zwei Türen. Hier kommen wir später die Katapulte hin. Zwei Türen. Und hier brauchen wir auch nicht so viele. Drei Türen. Na, da ist ja nichts. Das kann alles so bleiben erst mal. Drei Türen. Ja, drei Türen und gut ist. So, jetzt muss ich aber eine kurze Pause machen. Gleich mal wieder. Ja, das sieht ein bisschen... An manchen Stellen ein bisschen blöd aus da oben. Das kann man dann immer noch mal ändern. Ja, zum Beispiel hier oben. Da hätte man... Ja, mir fehlt also wirklich diese diagonal durchgeteilte Hauptdeckenplatte. Die sogenannte Deckenplatte, die viereckige, die einmal diagonal durch. Dann könnte man das so richtig schön anschmieden. Ja, okay. Was auch nicht schlecht wäre, für irgendwann später mal in dem Zuge, was man so alles gelernt hat. Eventuell hier so eine Mauer rum. Ob man das so hinkriegt, genau, gut, weiß ich nicht. Kann man aber. Man baut einfach dieses Grundgestell, dieses Grundpodest. Und zieht hier einmal so entlang. Und dann gucken wir mal, inwiefern man das in Stein ausbessern kann. Dann hätte man hier so eine Art Mauer. Könnte man vielleicht sogar auch hier schon noch mit drüber setzen. Ja, das sieht da oben ja wirklich so blöd aus. Hat aber was. Wäre auch besser, er hätte da... Ästhetik, ne? Gut, jetzt brauchten wir, hatten wir gesagt, drei Türen. Eine Tür war die hier. Tür machen. Ah, da müssen wir den... So, dann können wir jetzt anfangen, den Zimmermann zu skillen. Mal eben kurz. Fähigkeiten. Reset. Ja. 30 Punkte. Ich weiß gar nicht, habe ich jetzt durch dieses ganze Arbeiten Punkte gekriegt? Müsste ja eigentlich. Ist mir gar nicht so aufgefallen. Aber wir brauchen jetzt den Zimmermann. Ist das eine Festmusik. Ich mag das. Das soll die ja nicht wegmachen. Ich finde das so klasse, wie dann so... Die so nach Echo und dann nochmal, dann nochmal, dann nochmal. Also, nee, echt. Wer es nicht mag, soll langsamer. Klicken. So, jetzt können wir doch hier garantiert ganz viel machen. Hat der Zimmermann nichts mit zu tun? Wo ist meine Tür? Da ist die Tür. Kann man noch mehr? Boah. Regal, Regalschrank, Fass, Kiste, Kiste. So, wie wird die denn gebaut? Zehn Brett und ein Eisenbarren. Soll ich das dafür opfern? Ist ja nicht mehr die Haupteingangstür. Ob ich die alte wieder ausbauen kann? Notfalls mache ich eben noch eine. Gut, ein Eisenbarren. So, ich baue jetzt erstmal hier eine super geärtete Tür. Ich kann es ja jetzt, bin er jetzt, bin er jetzt, bin er jetzt, Zimmermann. Der Hauptberuf von Jesus. So ein heiliger Beruf. So. Dann machen wir jetzt nochmal drei normale Türen. Ah, die Feder, die kann ich schon mal hier rüber schieben. Die Tür auch. Na, die nehmen alle einzelne Flots weg. Habe ich jetzt irgendwas falsch gemacht? Wo ist denn die dritte Tür? Ah, da. Das sieht irgendwie so halb fertig aus, finde ich. Da kriegt man die alte Tür hier wieder weg. P aufsammeln. Ja, da hätte ich mir eine Tür sparen können. Ähm, P. Da. So, jetzt haben wir hier die Gehärtete. Super. Wo ist denn das Eisenband? Ich sehe es nicht. Da ist die Gehärtete. Okay. Hä? Jetzt komme ich hier ganz durcheinander. Die Eisengehärtete. Die hatte ich doch vorhin auch da reingeschoben, denke ich. Nehmen wir nochmal P. So. Es scheint es dann immer zu wechseln automatisch. Ist auch richtig rumgebaut. Ja, also eigentlich von innen drin, ja. Das ist ja mal ein Ding, ne. Jetzt kommen wir hier oben noch. Baconia. Nee, ist falsch. Kann ich aufsammeln. Oder kann man das auch von hier aus drehen? Nee. Aber es war so. Jetzt ist wieder verkehrt rum. Verstehe ich jetzt. Nee, der will jetzt da, wo ich sie zuletzt geöffnet hatte. Interessant. Pilz. Ich glaube, das freie Setzen kommt noch mit den Türen. Bis jetzt nur in eine Richtung. Ah. Okay. Danke. Okay. Dann machen wir das so. Dann laufen wir eben hier. Wenn man hier durchgeht und einer kommt wieder rein, dann. Bam. Dann kriegst du die Tür gegen den Kopf. Kennen wir doch. Gibt es in der Realität auch. So. Da kommt eine Tür hier hin. Aber ich meine, ich hätte es schon mal geschafft, dass sie auf der anderen Seite hinkommt. Aber vielleicht habe ich das auch in der falschen Erinnerung. Ich habe die jetzt komplett einmal gedreht. Nee. Von hier aus. Von dem. Ja, da komme ich ja nicht hin. Nur höchstens so. Ich gehe immer nur in die eine Richtung. So wie du gesagt hast. Ja. Danke. Also das probiert man hier stundenlang rum. Wenn man da nicht noch so das Feedback von anderen manchmal. So. Mach mal andermal. Hier oben wollte ich eigentlich gar keine Tür. Da wollte ich das so frei offen haben. Also wenn da hätte man die Tür vielleicht doch hier so hin machen können. Hier so davor. Aber das ist ja auch blöd. Also nicht die Tür, sondern die Wand. Also ja, die Wand. Jo. Alles klar. Oh, ist doch schon soweit gut. War da jetzt ein Hasel? Ja. Kein Wald mehr. Alles weg. So. Hat immer noch 3500 Schadenswert. Okay. Okay. Wobei hier jetzt noch Möglichkeiten noch weitere Türen einzubauen. Das ist jetzt nur als Stützpfeiler hier gedacht. Das Problem ist, man kriegt jetzt hier auch keine Wand mehr rein. Weil du, weil das mit den Kollisionsboxen da vielleicht doch noch nicht so hundertprozentig ist bei denen. Vielleicht sollte das aber auch so bleiben. Ich weiß es nicht. Ich kann das ja mal zeigen. Da kriegst du nicht rein, weil jetzt die Decke schon da oben ist. Und das dürfte eigentlich nicht sein. Da oben, ne. Kann ja jetzt nicht sein, dass ich da oben die Decke und alles wieder abreißen muss. Nur um jetzt hier eine Wand zu setzen. Und da kann ich hinterher die Decke wieder drauf tun. Und jetzt auf Stein alles aufwerten. Das ist kein Scherz. Ich weiß. Ich habe vor, die gesamte erste Etage auf Stein aufzuwerten. Und mehr haben die meistens auch nicht gemacht. So. Das haben wir jetzt. Okay. Und hier unten, die untere Etage. Geht die auch. Jo. Da ist ja eine Mauer. Als sieht das schon mal famos aus. Jetzt wollen wir mal gucken. Ich kann nicht weiter aufwerten. Obwohl ich den Zimmermann auf volle Pulle habe. Dann frage ich mich, wofür ich die Steinblöcke brauche. Die Böden brauchen nur Stein. Ja. Aber mehr. Wie gesagt, das sieht alles ein bisschen blöd aus. Ich weiß. Aber dafür ist es sicher. So. Das Bauamt bin ich hier. Nicht genug Ressourcen. Haben wir denn hier noch genug für? So. So. Wow, das sieht doch mal schön aus, ne? Na, das sieht klasse aus. Aber der hat auch dann jetzt 7000 Haltbarkeit und der nur 3,5. Ach, da war doch keine Tür, oder? Hä, wieso ist denn da eine Tür? Ah ja, das war eine kleine Kammer. Ja, da kann man eine ganz normale Holztür hin machen. Ja, was natürlich jetzt blöd ist, das habe ich nicht gewusst. Ähm, man muss, man kann auch eine Palisade bauen, ne? Und dann wäre natürlich jetzt besser gewesen, man hätte hier auch noch Platz gelassen für eine Palisade. Wie, ich habe keine Ressourcen mehr, was fehlt denn? Steiner. Ich habe keine Ressourcen mehr. Ja... Und noch mal. As long we see, I'll get off. So, da oben sieht das sogar toll aus, wenn das umgedreht ist. Man muss jetzt nicht überall den Steinboden so ändern. Sicher ist das ja jetzt alles. Das ist ja jetzt alles. So sieht das schon nach was aus. Da kann man echt viel machen. Da kann man auch Teppich hier rein tun und so. So ist das jetzt mal, ob das wirklich klug ist, alle Werkstätten und so hier hin zu tun. Auf einer Seite, wenn man angegriffen wird, ist es natürlich gut, wenn man hier noch Materialien hat, Lager. Ich kenne das so von anderen Spielen. Aber man muss ja erst mal wissen, wie das ganze Spiel hier weitergemacht wird. Ist so aber schon mal gut. Ich würde jetzt gerne noch ein paar Steine haben, um den Fußboden unten fertig zu machen. Das kann man auch im Nachhinein vielleicht. Vielleicht mal hier so ein, zwei Werkstätten reinstellen. Aber schön wäre eben auch, man macht eine Palisade. Und hier außenrum stellt man dann die Gerätschaften auf. Aber wenn wirklich hier Horden einbrechen, dann hauen die einem draußen alles zu Klump. Und das ist dann wieder ein schwerer Aufbaukampf. Also wir sehen jetzt hier so Verteidigungswerte 7000 für eine Wand mit Fenster und die ohne Fenster auch. Normalerweise würde ich mal sagen, die mit Fenster müsste weniger verteidigen. Aber wenn die hier so richtig aus Eichenholz, also Fensterläden haben, da kommt es aber auch schwer durch. Jetzt haben wir das gemacht. Da hat man noch eine Tür über. Was war sie hier? Die könnte zum Beispiel jetzt hier hin. Die muss nicht so super stabil sein. Und die kann man jetzt nicht drehen. Genau. Nein, doch. Ja, geht aber nicht. Kann es anklicken, aber geht nicht. Ja, geht nicht. Ichrocket. Untertitelung des ZDF, 2020